Hallo, was machen Sarrat? Ja, nach langer, langer Zeit habe ich in dem Stream mal wieder Fassmo angezockt. Das ist jetzt schon, wie gesagt, eine lange Zeit her, wie wir das letzte Mal gespielt haben. Und hier sind ein paar Highlights, wie ich mit meinem Bruder und einem Freund zusammen ein paar Hündchen Fassmo zocke. Da wünsche ich euch viel Spaß und let's go! Hallo, hallo. Ich weiß ja nicht, ob sie wirklich immer noch hier ist. Ne Ahnung. Ja, so einen nervigen Wandergeist. Wo habe ich das Thermometer hingeschmissen? Ähm, im Flur müsste eins liegen, das hat er gerade weggeworfen. Oh, 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 oh. Scheiße, was ist das? Der Geist. Hol sie, hol sie, hol sie, ich will Foto machen. Sie hantet nicht die Türs noch rauf. Ne, sag ich ja, sie hantet nicht die Türs noch rauf. Guck mal, hier ist jetzt ein Bad. Ich glaube, sie hat jetzt den Raum wieder gewechselt, blöde Kuh. Bei dem IMF habe ich auch gerade nichts. Hier ist auch kalt, es ist überall kalt. Äh, ist eventuell der Strom aus. Warte mal, ich gehe mal unten in den Keller gucken. Oh, der Strom war hier unten, glaube ich. Ist das der Strom? Warte, hat der Strom? Riecht den auf? Aber das sieht aus dem Stromkasten. Ah, jetzt. Strom war aus, deswegen kalt. Oh, vier? 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 Im Keller. War hier einer? Ich habe Foto. Ich habe Rot. Okay, ich dachte nicht, dass ihr hantet. Soviel dazu. Neh mit, mach Foto. Danke. Oh, ist aber nice. Hier. Mach ein bisschen Yoga. Ein bisschen Brücke. Ja, wir haben aber gar nichts rausgefunden bis jetzt, ey. Nee, eigentlich nicht. Oh, das ist nervig mit so einem Wandergeist. Ich sehe. Digger, ich sehe mich. Ich sehe komplett gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich jetzt laufe. Ich weiß nicht, wo ich bin. Geht sie. Da läuft sie. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Geh weg. Oh, der nächste. Hat sie einen? Nein. Doch. Ja, nein. Oh, doch. Schräg aus der Hand gefallen. Oh no. Halli, hallo, hallöle. Jemand hier? Wo bist du? Wo bist du? Zur Wäsche waschen? Hallo, hallo? Wo bist du? Ja, okay. Ich nehme an, das war ein Nein. Ich habe die Frage vergessen. Ist das hier? Oh. Ich habe gesagt, was ist das hier? Das sieht nach Generator aus. Ja, das ist einer. Hä? Oh, ich habe meine Taschenlampe weggeschmissen. Ich bin ein Idiot. Bleib mal hier und sag dir dann gleich noch mal. Guck, ein Glück. Ein Glück. Haben wir drei Taschenlampe dabei. Ich habe nämlich meine weggebrochen. Irgendwo. Das wäre jetzt der Suchtimal, gell? Ja, eben. Ich weiß schon, warum ich mehr mitnehme. Weil ich das Zeug verliere. Ah, hier ist ein... Hast du noch ein Foto? Willst du mitspielen? Wir sind momentan zu zweit. Wir stellen uns nur ein bisschen doof an. So, jetzt muss ich erst mal das... Wo ist das fucking Radio? Machen wir das mal kurz aus. Die Banshee, sollte man hier mit hören. Ja. Hallo. Wo bist du? Oh. Oh. Oh, oh, no. What the fuck? Oh, vielen Dank für den Rate, aber das Tiny war jetzt nicht gut. Ich habe mich des Todes erschrocken. Wie geht's dir? Was habt ihr so Schönes gemacht? Wir sind auf Geisterjagd. Und ich glaube, ich sterbe bald. Aber das reagiert so gar nicht. Geist, schreib. Nee, sprich. Mal gucken, im Kleiderschrank, ob wir irgendwas finden direkt. Irgendwie so ein Lutschertrett oder so. Oh, so ein Schuh. Nee, Schuhe brauche ich nicht. Ich habe meine eigenen. Nee, ich habe meine nicht. Ich habe keine Füße, ich brauche keine Schuhe. Wahre Profis. Du bist ein Viking, wenn du dich da zeigst. Aber ich mag ja einzelne Personen. Dann geht ja einer hier hin, einer da hinten hin. Vielleicht zählt das ja schon, wenn es weit genug auseinander ist. Wer als erstes stirbt hat, hat verloren. Ja, okay. Ich gehe mir nicht. Ich gehe mir nicht durch. Ich gehe in die Zimmer auf. Oh, Mist. Ah, er hat das Buch geschmissen. Ey. Der schmeißt mit Sch... Der schmeißt mit Zeugs. Doch, ich wollte das. Ich glaube, das wird nichts mehr. Und wir gehen einfach. Ich nehme meinen Zombie-Bruder wieder mit nach Hause. Okay. Diesmal hatte ich ein besseres Internet wie du. Der wirft mit Teddybären. Ah! Mach ein Foto, mach ein Foto. Ich sehe ihn nicht. Ah, Hilfe. Ach, komm. Ich oder du? Ja. Foto für Heidi. Tschüss. Okay. So viel dazu. Es war nicht der Fall. Hat das Foto gereicht? Ich habe ihn nicht gesehen. Habt ihr irgendwas gesehen? Die Dots? Ich rede. Ich rede. Ich gucke mal, ob er ein bisschen mit ihm reden kann. Hallo. Was zum... Mach nicht ein auf diesen. Fick dich. Tschüss. Mach die Tür wieder auf. Ich werde mal, da muss ich was wegtun. Ich will die ganze Zeit in der Tür rum. Ja. Ja, uff. Auch ernsthaft, du Arschgeige. Jetzt habe ich der Dröchelstiftchen weggelegt und jetzt fängst du an. Bis zum nächsten Mal.